Grüezi miteinander und herzlich willkommen zu einem weiteren Talk auf REGIO TV Plus. Salut, Gilles. Salut, Dani. Einmal mehr habe ich das grosse Vergnügen, dass ich Gilles Tschudin antreffe. Und da haben sie mitgebracht, der Läppli wird wieder gespielt im Foto. Gilles, logisch, erste Frage. Der Schauspieler oder Schauspieler Seelen hat garantiert in den letzten Monaten gedarpt. Was ist es für ein Gefühl, wieder zu produzieren auf der Bühne, und das, was man mit so viel Inzbrunst herausgeben will, wieder gesagt, dass es quittiert wird? Ja, also genau das, was du am Schluss jetzt gesagt hast. Es ist Begegnung mit dem Publikum. Und wir hatten ja während des Lockdown sechs Vorstellungen gemacht. Also nach dem Lockdown oder in der Zwischenphase hatten wir sechs Vorstellungen. Da sind die Leute aber mit Masken drin gesessen. Trennt voneinander teilweise. Und das ist jetzt nicht mehr. Und ich muss sagen, man spürt es. Die Leute vergessen das, was irgendwie jetzt möglicherweise politisch oder gesundheitlich passiert. Sie sind da, sie reagieren. Und das ist an für sich, sagen wir mal, etwas Positives. Und macht einem Hoffnung, dass wir bald, bald aus dem herauskommen. Spürst du denn auch, dass das Publikum jetzt wirklich ein wenig leert, die Entspannung für Geist und Seele zu kriegen, mit einem Lachen? Du schaffst es ja in ganz vielen Momenten mit dem Ensemble um dich herum, dass man da wirklich... Also ich musste auch abgrölen und habe ja die Geschichte auch schon gekannt. Ja, ich denke, was ganz wichtig ist, es ist ein Mensch, der offen ist. Er hat etwas Kindliches. Er ist nicht kritisch in einer, sagen wir mal, verknurzten Art. Sondern wenn er kritisch ist, dann halt wie die Kinder sind oder so. Nein, das stimmt doch nicht so direkt. Und das ist etwas, was wahnsinnig wichtig ist. Gerade heutzutage, dass man nicht in die Falle tappt von irgendwelchen Verknurzungen, von Ängsten, die man hat. Nein, man muss dem Leben positiv gegenüberstehen. Und das ist die Figur. Und ich glaube, dass die eben das überbringt. Und die Menschen freuen sich, dass sie das mit ihm erleben können. Jetzt hast du über diese Figur geredet. Also das muss man sich wirklich so vorstellen. Ich meine, man erlebt jetzt auch. Du darfst jetzt auch nicht wieder Läppchen reden, oder? Also du gehst jetzt oben ins Theater. Und dann... Erzähl mal, wie läuft das so ab? Wenn du... Wenn musst du ins Theater? Wie ist die Vorbereitung? Bis du plötzlich sprichwörtlich den Läppchen auspackst? Also ich glaube, unterdessen... Das ist der Vorteil, wenn man länger mit einer Person oder mit einer Rolle spazieren geht. Sie wird einem immer näher. Und ich würde sagen, am Anfang sind Ängste auch bei mir da gewesen. Funktioniert? Funktioniert es nicht? Und so. Kommt er zu mir? Kommt er nicht zu mir? Weil es ist... Als Schauspieler öffnest du dich an einem Charakter. An einer Ausrichtung. An Emotionen. Und das ist jetzt nicht mehr so, dass ich jetzt Angst habe. Sondern es geht eigentlich mehr darum, dass ich in der Energie bin. Dass ich da bin. Dass ich nicht zu viel torpediere mit meinen Gedanken. Sondern dass der Läppchen kommen kann. Und wenn er kommt. Dann ist er da. Und dann ist es wahnsinnig berührend. Weil es ist wirklich ein ganz, ganz schöner Charakter. Passiert es dir dann nicht umgekehrt? Wie du jetzt mit der Sprache gespielt hast. Manchmal gibt es solche Ausdrücke. Oder wenn ich sie selber sage wie nein. Also besser gesagt die gleichen Worte. Und dann höre ich ihn. Also in dem Sinne ist er schon ein bisschen in Schil hineingewachsen. Und der Schil in Läppchen. Aber ich muss sagen. Nur positiv. Und es schadet glaube ich dem Schil nicht. Wenn er ein bisschen die Offenheit hat. Von dem Läppchen. Wie geht es weiter mit dem Schil? Wie lange ist der Horizont Läppchen jetzt? Und vor allem ich weiss. Du bist ja immer noch hungrig. Auch nach neuen Rollen. Nach anderen Herausforderungen. Hat es da noch Platz im Leben der Läppchenzeit? Für andere Stücke anzulehren. Für neue Projekte anzuschauen. Oder auch umzusetzen. Ja vor der Wiederaufnahme habe ich noch ein Monolog. Eine Premiere hatte. Der Nippelt Jesus. Das ist auch eine berührende Figur. Das ist ein Rausschmeisser von einem Club. der beschliesst den Job aufzugeben. Weil es zu gefährlich ist. Und dann arbeitet er in einem Kunstmuseum. Und wird dort mit einem Kunstwerk konfrontiert. Ich erzähle jetzt nicht alles. Auf jeden Fall. Es ist auch eine sehr berührende Figur. Und den Monologen werde ich noch weiter spielen. Ich spiele sie am nächsten Mittwoch in Baden. Und ich werde sie auch in Lörach spielen. Ich glaube am 21. November. Ich bin nicht ganz sicher. Auf jeden Fall Nippelt Jesus. Man findet das auf dem Internet. Und ja. In der Phase nachher. Den Läppli spielen wir ja bis Ende Jahr. Nachher kommt das Pfeifferli. Jeder freut sich wieder. Endlich kann man das Pfeifferli wieder sehen. Hoffe. Und zwar live. Und nach dem Pfeifferli kommt Läppli wieder. Bis Anfang Sommer. Und wie es dann das nächste Jahr ist. Das werden wir schauen. Aber wie gesagt. Es ist noch ein anderes Projekt. Das jetzt um ein Jahr verschoben wurde. In Frankreich. Und das ist jetzt geplant. Nicht das nächste Jahr. Sondern das übernächste Jahr. Also es hat Platz. Und ja. Ich lasse das auf mich zuzugehen. In diesem Fall kommt der Schild dann auch wieder. So wie auch die Projekte kommen. Und wir schauen dann im nächsten Gespräch miteinander. Wie es weiter geht. Beim Schild, Judy. Mein heutiger Gast hat mich sehr gefreut. Und Schild, du musst jetzt wieder in die Maske. Du gehst auf die Bühne. Herzlichen Dank hast du Zeit gehabt. Schönen Abend. Toi Toi Toi. Merci Dani. Ciao.